Hallo, ich bin Therese von Arx und hier Vital aus Geschäftsleiterin und Leiterin Personal. In diesem Zusammenhang stelle ich dir gerne unsere Benefize vor, wenn du bei uns arbeiten kommst. Wir verfügen über sehr grosszügige Arbeitsplätze mit Stehpot. Ausserdem bieten wir gratis Parkplätze an. Auch kommst du bei uns Einkaufsvergünstigungen auf Hard- und Software rüber. Für Aus- und Weiterbildungen sind wir offen und wir uns vorfinanzieren mit einer entsprechenden Ausbildungsvereinbarung. Zudem organisieren wir ein jährliches Weiterbildungsseminar. Wir haben eine grosse Flexibilität beim Wechsel von Beschäftigungsgrad. Alle Mitarbeitenden bekommen gratis ein Natel über, das sie auch privat nutzen können. Das Guthab im Jahr beträgt 550 Franken. Wir haben einen fest angestellten Koch und im Personalrestaurant kannst du dich ab 8 Franken am Mittag verpflegen. Nach dem Mitarbeiterinnen-Meeting offerieren wir dir gerne ein Mittagessen. Natürlich darfst du dich auch bei den täglich frischen Früchten bedienen. Einmal im Jahr planen wir den Talussondag, der immer am 1. Freitag im September stattfindet. Das ist ein wichtiger Beitrag an unseren gemeinsamen Zusammenhalt. Im Haus bieten wir zum Abschalten und zur Entspannung einen Ping-Pong-Tisch, einen Töckchenkasten und Tarte an. Unsere Mitarbeitenden bekommen pro Jahr einen Beitrag für einen Team-Ausflug oder ein Team-Essen. Bei der Jahresziel-Umsatz-Erreichung kannst du eine Begleitung einladen an ein Wellness-Weekend. Mit dem Taluss-Club-Beitag von 30 Franken im Monat kannst du dich mit allen nicht-alkoholischen Getränken bedienen. Unter dem Jahr geben wir dir gerne eine Aufmerksamkeit, zum Beispiel an Ostern oder an Weihnachten. Auch zum Geburtstag geben wir dir ein Geburtstagsgeschenk. Einmal im Jahr an Weihnachten kannst du mit Begleitung ans Weihnachtsessen kommen. Ausserdem bieten wir unseren Jubilaren und Pensionierten jedes Jahr einen Ausflug an. Du siehst, bei uns sind alle Mitarbeitenden sehr wichtig und wir sind bemüht, gute Beziehungen unerlang zu pflegen. Wir freuen uns auf dich!